wir warten hier auf das spiel doch es kommt nicht was sollen wir auch machen oder sein spiel gefunden suche server ladekarte the spider is immune to poison poison weapons will be useless against this creature creature wie auch immer man das ausspricht was steht denn grad bei dir auf deinem bildschirm sag's mir wenn ein jäger stirbt wird die hälfte der mehr habe ich nicht verstanden ich habe was neues über die karte verstreut finden sich alte werkzeuge hebe sie auf verwende sie als starke nahkampfwaffe oder praktische werkzeuge ausgeht los wir müssen wir müssen hier uns bereit machen muss man auch mal machen kann man auch mal machen also man muss auch mal die zeit sich vertreiben und einfach mal das klappt auch so sehr schön okay wir sind bei still water brand wir sind hier gleich neben einem ausgang das heißt wir können gleich wieder fliehen wenn uns danach ist wir kommen jetzt erst richtig an meine damen und herren hallo willkommen zurück bei hand showdown mit der bach commerce haben wieder hört er merbst auch dabei ja ok man name pour vend offices kann man auch est PREMIER Okay Siehst du das blaue im Nordwesten? Ähm, welches blaue? Na, der Hinweis im Nordwesten Ach, scheiße Stimmt, ich muss da eh drücken Ja, sehe ich Alles klar Ich habe schon wieder vergessen, wie das geht Das ist ja nicht schlimm Ich bin hier hängen geblieben Wie in der Schule früher Ich konnte jetzt nicht anders Ich konnte jetzt nicht anders Das war so eine schöne Vorlage Wie geht es so bei dir voran? Ich versuche gerade einen Zombie zu töten Oh mein Gott einen Zombie zu töten Alles klar Gibt es hier diese Wasserteufel? Wasserteufel sind hier nicht Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Siehst du mich? Nein Ach doch, da hinten bist du Alles klar Ja, ich habe nur kurz die Zombies getötet Ah, jetzt sehe ich dich Hm Ich muss mal ein bisschen Ah, diese Äste Hunde bei dem Hinweis Ganz viele Hunde Okay Oh, und das Tor Tor ist schon auf Dann scheint da jemand drinnen zu sein Nee, aber die Hunde sind ja auch noch da Versuch das mal zu umlaufen Ja, Zombies gibt es ja auch noch Hier ist ein Loch im Zaun Seht ihr nicht, liebe Hunde? Ihr seht das nicht Dass da ein Loch im Zaun Ja, ich bin ganz lieb Ich bin ein Hundefreund Schon immer gewesen Von daher könnt ihr euch dann auch schön verpissen Echt mal Verzieht euch Ach du Scheiße Ach, ne Hive steht hier natürlich auch noch rum Ne sicher Ah, den muss ich umgehen Hier sind vier Hunde auf dem Areal Okay Und ne Hive Werde jetzt die Hive mal töten Wie weit bist du noch entfernt? Ja, ich schleiche mich so langsam voran Alles klar Äh, sind hier zwei Ich darf keinen drängeln, Frau Pinke Ich wollte nur wissen Wie weit Die da noch entfernt sind Habe ich eigentlich eine Bombe mitgehabt? Nee, habe ich nicht Es gibt hier auch zwei Hände, ne? Könnte aber mal die Armenbrust Ja Einer ist, glaube ich, im Haus Oder davor Ich versuche hier mal ein bisschen Irgendwie Der Dammes Oh Gott, oh Gott Ich muss laufen Ich muss laufen Ich muss laufen Ich muss laufen Tschüss Oh Gott, oh Gott Oh nein Und hier ist auch noch ein Zombie Oh Gott Oh shit, das ist ja doof Ah Ich hab doch ne Bombe Was ist das denn? Hau ab Lass mich hin Hilfe, 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 Hilfe Fängt das schon gut an die Runde Ich muss mich gerade verziehen Oh Gott Ich musste mich auch verziehen Oder ich muss es immer noch Ist er immer noch hinter mir? Ich weiß es nicht Ich weiß es Puh Komm, du erholst dich wieder Ja, das ist sehr gut So, du blöde Hive Jetzt komm her Bombs Und schnell wieder weg Oh oh Dann noch eine Nee, die Hunde Nee, da kam noch mal Da ist noch ne Ralf drin Sind da zwei Stück drin? Habe ich die immer noch nicht gekillt Oh Oh Was haben die denn für ne Reichweite? Ist ja schlimm Für ne Range Range, yeah Yeah In dem Wald Und hock hier Ich muss mal Okay, viel Spaß dabei Auf den Donnerbalken, yeah Also ich bin jetzt auch schon da Ich bin hier immer noch hinten Und äh Ich sehe die Hunde Ich sehe das Häusli Also den Stall Oder was das da ist Ja Und das ist ja drinnen, ne? Ja Jetzt sehe ich dich auch Kannst du mich sehen? Nein, bestimmt Aber ich achte gerade nicht drauf Okay Äh Okay Wo bist du denn? Beschreib mal die Situation Mir gegenüber? Ach, da bist du Achso Ist da nicht ne Hive drin? Ja Dann holen wir schnell den Hinweis Ja, ich versuche es Warte, ich mach's Ich hab's, ich hab's schon Und raus Die Hunde, komm, die Hunde, komm Schnell, die Hunde, komm Ah, oh mein Gott Schnell, schnell, schnell Drüber, drüber, drüber Und weg hier Weg, 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 weg Oh Gott Hallo Murphy Hallo Na? Na, du auch hier? In diesem Zustand Oh Gott Schön Wo ist der nächste? Mein Herz Wo ist der nächste Hinweise? Hier im Nordosten Okay Äh, die Hunde Die sind da, die sind da Sicher, dass sie nicht rüberspringen können? Doch, wenn du da ne Weile davor stehst Backen die manchmal raus Oder sie springen jetzt definitiv auch raus Das weiß ich nicht Dafür spiel ich das zu wenig Okay Ich weiß es auch nicht Oh, Schuss Ja Aber weit weg Hallo 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 Äh, wo war denn unser Hinweis? Der war doch gerade im Nord Der war doch gerade noch im Nord Da ist er Wo hin Der, äh Kein, kein Brückenwächter da Und das gibt's ja gar nicht Keiner der aufpasst Oder wat Ja, aber was ist denn hier los? Ne, meine Damen und Herren Was ist da los? Ich geh rechts rum Du links rum Äh, ich geh hier bei den Büschen lang Ja Was? Okay Ich bin im Busch Ah, da ist noch ein Hinweis Dann kann ich den da holen Ich hab hier das, äh, das Back, Backup hab ich hier Du kannst den Hinweis quasi holen Ich bin hier hinter, wo bist du? Oh, das erschreckt mich doch nicht so Hä? Es war so totenstille hier Und dann kommt auf einmal eine Stimme von dir Alles klar I found the clue Der Kommissar Oh, wir sind hier Der ist hier Oh mein Gott, was ist hier? Weißt du das? Ja, das sind die Zombies Achso, okay So Wir haben einmal schon mal den Schlechter gefunden Okay Ähm Wenn du möchtest Du sagst dann, was wir machen Ja, natürlich möchte ich ihn töten Ach du Scheiße, das geht denn hier ab, ey Oh, hier ist was aufgegangen Warst du das? Nein Hier ist eine Tür aufgegangen Irgendwer hat hier ein Tor aufgemacht Oh, leck mich doch Ja, Schüsse Die waren aber weit weg Das Tor war woanders Ihr dich, du kommst von da Geh mal in Deckung Hier hat irgendwo Wer ein Tor aufgemacht Jetzt müsste man natürlich die Map kennen Wo das ist Ja, das ist halt Ja Keine Ahnung Oh Gott No Ahnung Wollen wir einen Kirchturm versuchen? Oder willst du gegen den Schlechter kämpfen? Ich möchte gegen den Schlechter kämpfen Na dann, ab Okay Du hast deine Wahl getroffen Yep Das habe ich getroffen Hallo, mein Freund Oh mein Gott, der hat sogar ein heller So wie ein Kostüm auf Ah Was, der kommt hier raus? Was? Äh Ah, ich brenne Ich brenne Ich brenne, ich brenne Ich brenne Der kommt auch hier raus? Ja Du bist tot? Ja Ich brenne Okay Warte, ich hole dich Was du brennst? Ja Da lieg ich Hä? Ich schaff's glaube ich nicht Doch, ich schaff's Ne, raus Ja, ja wohin denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Äh Wo bist du denn? Puh Gott, oh Gott, oh Gott Wie soll man den denn da unten kehlen? Wenn... Er hat sich festgebackt? Wie weit hat der... Hast du mich gerade angezündet? Ne Nein Oh, brenn dich schon wieder? Sag mal Schnell, stoppen, 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 stoppen Stoppen sie die Verbrennung Und holen sie die Feuerwehr Gehen sie mal aus dem Weg Lunge Frau So geht das nicht Holen sie die Feuerwehr Okay Hallo Schlechter Bächter Wir möchten nur spielen Wo sind sie denn? Da ist er bei dir Ja, ja, ja Was? Er kommt hier sogar Halt, er kann die Treppen hochgehen Ich glaube wir müssen ihn einsperren, oder? Warte mal Ich mach mal die Türe zu Damit er nicht rauskommt Oh Gott Ich hol wieder Oh mein Gott Das ist so uncool Ja, ich kann nicht mal wiederkommen Ich bin tot Du bist tot? Ja Nein, du bist nicht tot Ich kann dich noch einmal holen Sicher? Ja, 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 ja Okay Bitteschön Oh, dankeschön Also, das Tor hab ich jetzt einmal zugemacht Dann müssen wir das andere auch geben Vielleicht zumal Heilung, sehr cool Dann halt ich mich mal fern, ne? Halt dich mal fern Und guck, ob Gegner kommen Okay Noch zwei Schoß Nein, was soll ich denn mit der Lampe? Die in den Weg leuchten Ja, genau Ich brauch Muni 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 Das ist nicht gut Kommt der hier raus? Oh, der kommt hier raus Ich muss mal grad Was ist das denn jetzt eigentlich? Eine Giftbombe Achso, warte Ich hab doch auch ne Granate Oder was das hier ist Kommt mal Kann ich den da mit? Komm her, mein Freund Oh Gott Ja Ich seh gar nichts Oh Gott Hat das irgendwie Schaden gemacht? Bestimmt Na, ich hoff mal Oh! Hast du einen Muni Ich hab ihn Er ist weg Oh Hallo Aber hier unten Das ist gleich da So Ja, das ist Warte mal jetzt Ja Hier ist auch wieder ne Es will doch keiner hier weg Muss es doch noch Munition geben? Blind Munition Jawoll Hier hinten ist auch noch Munition Ja Eine Falle wäre hier auch Das ist gut Die kannst du ja irgendwo hinlegen Äh, noch ne Falle Wie mach ich sie scharf? Da ist nochmal Munition Ich glaub auch ne Ne, was will ich denn hier mit? Irgendwer hat da ganz nah geschossen, ja? Das war ich Das war ich, das war ich Achso, achso, achso Aber ein Zombie ist aktiv geworden Ja, wir starten mal das Banishing, würde ich sagen So Äh, da oben auf der Treppe hab ich eine Falle hingelegt Ah, sehr gut Also eigentlich Gehen wir mal zu der anderen Seite Ja Willen wir mal auch ne Falle? Ja So, hier liegt auch ne Falle Binde wird auch verbannt Ah, gut Ah Ey Ich höre nur ein Rascheln Und dann Ja Sorry Also hinten müssen die durch Scherben laufen Darauf müssen wir achten Okay Und dann können wir auch gleich zum Ausgang Oder wir gehen oben zu dem Ausgang Also der Ausgang bei uns wird bestimmt bewacht werden Von nem anderen Team Oder auch nicht Also müssen wir, sehen wir ja dann Ja, sehen wir ja dann Wo wollen wir, wo sollen wir langen, sag du mal Am besten gleich hier vorne Okay Also hier die Treppe hoch Oder was meinst du mit hier vorne Na, gleich hier den ersten Ausgang Also hier in der Nähe Ach so, bei Stillwater Bending Ach so Ja Und wo wollen wir raus? Hier die Treppe hoch Wo liegt die Falle? Oben Vor der Treppe Vor der Treppe Mittig oder links oder rechts? Weit mittig, würde ich sagen Weit mittig, okay Rufi, bewegt dich nicht so viel Das hört man alles Ja, okay Echt mal Dann crouch ich halt Ja Das hört man nicht so Undisu Das hört man nicht so performance Ich weiß Was Ich nie Und Ich weiß Ich weiß Boah, wir haben es gleich geschafft Na, wir haben ihn gleich verbannt, ja Wollen wir gleich nehmen und losrennen? Ja Alles klar Ach, Quatsch So, warte mal kurz Guckst du? Ich sehe keinen Alles klar Wo ist die Falle? Da Okay, mittig war sie nicht So, wir müssen ja hier lang Genau Ich sehe auch keinen vor uns Nee, ich sehe keinen Außer einer Hive Mal vom Gelände runter Hier ist ein Dings, ein Butcher Hast du geschossen? Ja, habe ich Alles klar Die sehen uns jetzt so oder so Ja, ja, genau Wie das aussieht mit deiner Axt Okay, da ist noch ein Brecher Da ist noch ein Brecher, genau Da ist unser Boah, oh, der steht noch Der steht noch Jetzt ist er tot Boat, get to the boat Boat, get to the boat Mitfahrgelegenheit Schade, eine Hive Mitfahrgelegenheit, du? Eine Hive Achso Gut, sehr gut Hast du geschossen? Ja, auch Okay Ich sehe auch keine Teams Mache mich nicht, Kirre Ich mach dich nicht, Kirre Na, das ist doch schon mal schön 300 plus Rang 24 bin ich jetzt Bist du noch da? Ich hatte mein Mikro aus, sorry Aha 300 Dollar plus Yeah Yeah, yeah, yeah Cool Level 47 Okay, ist ja gut, ey Schon 24, ey Ist ja gut Aber es war eine geile Runde Sehr gut Dann bis zum nächsten Mal Meine Damen und Herren Aber wirklich Ja, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao